meine ladies and gentlemen und willkommen zu einer neuen folge oder zu meiner ersten folge das mit zwei verrückten mit zwei spritzern immer gerne spritzen ja wir sind auf jeden fall auch wieder auf also eine bester wie immer in den kommentaren verlinkt in der beschreibung so kommentaris und wir müssen auf jeden fall könnt ihr vielleicht schon mal direkt goldfarm das immer mal ein goldenes gelern ich gehe ran an die bolette sagst du in jungen die wurst auch einen gebrannten ton ich kenne diese map nicht nein ich liebe diese map das ist doch ein standard map eine stellungs map okay das ist okay dass wir das jetzt so mit challenge machen ach nein jetzt habe ich mir anstatt eine scheiß axt eine scheiß spitzhacke gemacht ist egal so die sind die spitzhacke ja dann hier dann geh du unten fahren schon mal ich mach ihr holz schon mal ja ich seht mich ja kaum hatte ich mach mal ein bisschen nicht und so jetzt seht ihr mich hallo ich bin euer spritzer ich spritz euch nass ja wenn ihr habe ich sehen wollt spritz sie nass und er will euch auch nicht spritzen klätt bist du unten komm her warte ich spritz sie ab so dass sie sterben hey ich mach deine familie fertig ich darf nur spritzen auch die spritz sind hier viele creeper egal ich mach hier explosion meine zum spritzen hier habe ich dir jetzt alle erst mal voll gespritzt alter ich bin voll gewichs ich stehe euch ab ich stehe euch ab scheiß ich bin fast tot ja die creeper mussten weg hast du nass gespritzt ja hast du sie weggespült ich muss kurz ich hab die nicht nass gespritzt ich hab die klebrig gemacht ne habi du hast sie klebrig gemacht ja genau halt ihr denkt jetzt wahrscheinlich warte pack wir haben so eine kleine challenge offen das überhaupt gar keinen sinn macht weil es gar keinen gewinner gibt ist echt so naja komm jetzt erstmal wieder normal reden sonst kriegen wir wirklich scheiß ärger alter mit youtube so kriegen wir dann so ein zweck ja zu viel sexy sexy dieses deutsch alter mit abspritzen kann man auch meinen dass man eine spritze nimmt und die abspritzt war ja eigentlich schon ich bräuchte mal oben kohle weil wir müssen gebrannten ton haben du kannst unten vorbeikommen nein ich baue hier gerade oben ab du kannst hochkommen komm vorbei und holst dir ich will deine klebrige scheiße nicht haben jetzt fangen wir schon wieder an ja du nicht dann nicht der bald ist halt aber ich muss irgendwo loswerden ok dann mach es bei mir los kam gibts mir wo bist du ich bin hier unten du bist unten du hast keinen kleinen oder wo unten ich bin hier irgendwo in der höhle ja komm zu mir ich bin hier unten ich bin ganz unten ja ich bin ganz unten du bist ganz dahinten sagt es doch dass sie hier hinten bis ich gebe es dir ja ja danke dir dass mir richtig gegeben weiß noch dieses kompetente stück von gestern wir haben gestern also habe ich haben gestern noch mal hier so eine putzspielers runde gestockt einfach und da war so ein sag ich mal inkompetenter der sich am anfang der eisenrüstung gemacht hat und danach eine goldrüstung und danach hatten wir kein gold mehr für goldblöcke und der war wirklich der war auf drogen digga der war nicht immer normaliger wenn ihr euch wenn ihr das sehen wollt könnt ihr hier auf twitch vorbeischauen die unsere kann also mein kann im twitch kanal ist unten in der beschreibung verlinkt könnt ihr euch den als anschauen die geilen facecamere dann kann man doch nicht angucken warum das ist nicht eingestellt dass das video also der stream gespeichert wird ja ok dann schaut bei zucker master vorbei also bei mir sind sie auf jeden fall gespeichert ich kann mal bei denen nachgucken ob das wirklich so noch ist also ob du denkst weißt du man es gibt mir das hier so ne ist nicht gespeichert egal dann schaut dann schaut einfach hier bei den kollegen vorbei kollege genau kollege hast du mal ein bisschen stefflein kollege du weißt was ich meine damit stopp brauchen wir gold blöcke gold 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 ja gold blöcke brauchen wir drei eisen blöcke vier herr gebrannter ton wie macht man gebrannter ton den kannst du dann immer sammeln ja ich habe jetzt hier clay was für clay normaler clay das braun also diese orange oder das blaue das blaue wie kriegt man ein orangenes du musst das für einen blog zusammentun also die wenn es abbaust dann kommen vier solche küchen ja das muss sein den crafting table zusammen machen wieder zu ein kleid block ja und das sind im ofen braten brauche ich habe jetzt die einzelne dinger gebraten also jetzt habe ich pricks raus okay dann machen wir ja ein bisschen clay du formst unten schön weiter ich rate das schon mal hier ich rate das gerade hier oben ich meinte das zu ich meinte das zu Tami die immer noch sich gemütet hat so wir haben noch nicht angefangen was sind wir denn lila ja 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 wir fehlen clay blöcke ist gut ist gut was wir haben 22 eisen Tami hat noch einiges und eisen bei hier 20 stück gegeben aber sie sind ja die macht hier oben mit ach so was verstanden er wird sich mal wieder wie ich bin ja schon persönlich die hat das erbieter Partie Kiefer Party so ich brauchen auch 4 3 eisen dann habe ich schon mal ein eisenblock noch immer schöne Eisenrüstung wie gestern der Typ gut nein was machst ähm ich komm noch mal hoch ich brauch obwohl hier unten ist ja selbstholz hier unten ist ja selbstholz leute ich muss deutsch lernen lasst n like da wenn ihr das genauso seht oh der hat jetzt so das eisen eingesnackt ey wie dumm ist das nicht die ne das ist jetzt ein neuer wie hier ist ein neuer drinnen guck mal oh die klaut grad das irgendwie das eisen wahrscheinlich macht sie es wahrscheinlich so ein typ wie gestern der hat einen scheiß steve skin mein deutsch alter skin drinnen wir müssen beide mal zu deutsch nachhilfe wir müssen echt zu deutsch nachhilfe so das wird auf jeden fall ein bisschen eine längere Folge weil das geht halt nicht kürzer ja ne mindestens ne stunde geht die Folge obwohl wir haben erste minuten scheiße wir sind dritter wir sind zu dritt hallo wir sind zu viel ja aber der eine macht ja hier nix macht der auch wieder scheiße ja so könnte man ja aus bei sowas kann man nicht ausfüllen ja ey klaut doch nicht das ganze eisen ich brauche noch einen eisenblock digger wir brauchen eisen man so werde das jetzt ja ich bin schneller im nehmen ich kann auch schon mal gold das ist gut wenn du eine eisenspitze hast ja ja auch herr steinbraten auch noch so und vor allen Dingen erstmal stein fahren du hast doch bestimmt Stein so jetzt brauchen wir nur noch zwei eisenblöcke zwei habe ich schon abgegeben gebrannter ton brauchen wir nicht mehr ok so türkischer ton den kann ich besorgen türkischer ton geil ey ihr ist rot er klaut ja alles ja ich bin gleich tot der hat volle eisenrüstung nice Tami gut hast du ihn? Tami hat die gut so kann ich irgendwie eine Steinspitzhacke haben Tami? hast du grad irgendwie eine? oder Stöcke? zwei Stöcke? wow harvey jetzt denkst du wieder zweideutig Stöcke Stöcke Tami oder 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 hier also kriegst du noch ein bisschen du hast du Stöcke danke 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 so so zwei sind nur einen stock so du bist echt pervers gewonnen ja irgendwie dass du kommt von wem warte mal was ist denn türkischer ton türkischer ton äh soll ich entschuldigung ist das andere Stöcke oder clay stay clay äh keine Ahnung was warte ich komm hoch und zeig's dir ja mach schnell kannst du mir doch einfach sagen wie das aussieht äh ich glaube hier der helle ist das ne was oder der dunkle stein warte ja das ist das okay gut glaub ich dieses äh Saiyan ne das auf englisch was heißt das auf deutsch städte das ist städte 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 ich hab das selber auf englisch wow ach man das hat wieder nicht auf deutsch umgeschaltet ist egal so die minu die die Folge geht schon 15 Minuten what the fuck dude da hab ich aber viel zu schneiden diese Sachen wo wir nicht reden ey das ist aber wir reden dort durchgängig ja aber die Sachen wo wir nicht reden gibt es auch viele du musst alles gucken weißt du ja so von diesen komischen Clay Scheiße brauchen wir nichts mehr jetzt haben wir nur noch brauchen wir Pflasterstein brauchen wir übern Stack noch Steinstufen Eichenholz Stufe Eichenholz kann ich machen ähm Tami warum hast du dich im YouTube schreibt das an den Chat weil ihr Vater doch drin ist oder so ich kenne doch warum Eichen Eichen warte mal Treppen oder Stufen Eichenholz Stufe Eichenholz Stufe 18 nicht wichtig ich sag mal nicht was ich gerade dachte was sie da geschrieben hat sonst denkst du wieder falsch von mir genau so jetzt habe ich das ja auch schon fertig brauchst du die auch noch oh toll jetzt habe ich die restlichen weggeworfen boah ich stussel geil alter ich habe die restlichen weggeworfen die Eichenholz wo wir die auch eigentlich brauchen ich hab schon 20 Gold 20 Gold wir brauchen 3 Gold Blöcke also 9 18 21 Wieso 27 9 18 27 Leute ich bin nicht gut in Mathe der Mathe Profi ist hier Zocker Master Mathe 1 1 Du hast in Mathe eine 1? ja man als ob naja keine 2 auf dem Zeugnis hab ja fast immer 1 geschrieben Bruchsteinmauer 10 Stück ok das kriege ich hin als ob du in Mathe eine 1 auf dem Zeugnis hast nein eine 2 aber fast eine 1 ah scharf und Sozialkopf eine 1 deine Note da hätte ich gerne ne ich sag mal nicht für sich die Mathe jetzt für eine Note habe 4? hm 4 hast du? oder was für eine Note komm sag doch sag mal welche Mathe Note welche Mathe Note sag ich nicht oh wie komm schon ist die so schlecht 5? ach ach wie also willst du nicht sagen? nö ok hm sag ich dir später vielleicht obwohl du weißt das doch ne hab ich dir doch mal gesagt ach Ria du hast es ja vergessen hm ich kann nichts für meine Krankheit tut mir leid hm welche Krankheit denn? ja da ist ja jetzt wissen deine Zuschauer mal was davon ich hab das glaube ich schon mal geserbt aber äh ich hab record hier dann komm hoch und schmelzt es da hinten in den Ofen hm 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 ich schmeiß dir auch mal Carbesson rein ja Carbesson auf jeden Fall dieser Dude soll jetzt die Öfen lassen nein am besten brauchen wir immer vier Leute jemand ist bei uns rot ist bei uns ja natürlich da oben da oben da oben da oben ja natürlich ok mal ja ich muss aufpassen dass er nicht zum Ofen dann kann ich rot ist er rot ist er rot ist er ihr verteidige die Öfen ja wo ist der wo ist der der ist ganz oben auf dem Baum hat sich hochgebaut was für ein Baum ist der ein Brüschkind der kommt runter der kommt der kommt der kommt der kommt schnell die Öfen oh schafft ihr habt ihr ihn warte er kriegt knapp kommt er wieder hochgelaufen ne ach komm her alter hab ihn da ist so direkt wieder hoch hast du was gutes bekommen von ihm äh ich hab nur Pfeile irgendwie bekommen und irgendwie ein Holz so richtig sinnlos der könnte so warte mal dann brauchen wir noch ein bisschen hiervon danke äh Havi hast du noch äh zwei Goldblöcke gebratene nein bei dem ihr ja alles klaut ja musst du zuerst snappen snappen genau schnappen wo ist Gold äh was für Gold meinste Goldbar ungebratenes nein gebratenes hm hier hier jemand bei uns warte hier schon wieder der danke so Mann guck mal der ist sozial und gib mir die Sachen alter da ist er da ist er ja nein der ist tot der Dude hat den getötet boah ich muss unbedingt meine äh richtige Maus ist das denn für ne Maus drinne ja die hier kann ich echt nicht benutzen als ob wir noch also guck mal wie schlecht wir grad sind rechts what the fuck sind wir gelb? ne ne wir sind lila guck mal rot ist schon mit 18 schon wieder jemand hier schon wieder rot ich hab gar keine Minecraft Zons an sag das mal jemand Musik es hat echt hier also ich hab Minecraft Zons an wenn hier diese einer Drachen sind scheiße dass das hier dass jemand bei uns ist ok ich kann leider jetzt keine Zons anmachen weil das irgendwie jetzt grad nicht geht dieser scheiß Sound Bug so äh wie viel brauchst du denn noch? ach du scheiße hier ist Party Eichenholztreppen ok Eichenholztreppen kriegen wir hin ich wisch mich ein Creeper mach alle tot Eichenholztreppen ach du scheiße ich bin tot ich bin so tot vom Creeper oder was vom Creeper oder was? nö rot ist oh gelb ist hier alter der hat mich getötet der nimmt alles jetzt die sind alle oh Havi komm hoch oder so ich bin hier oh ist der schlechten pvp der schlechten pvp der schle- oh mein gündnis der ist so ganz deckedroppt der ist so ganz deckedroppt nice als ob diga was war dis alter dieser dieser Kombo alter der ist Kombo alter ich hab den ja übelst gefickt als ob ich einfach mal zwölf Level habe so sinnlos boah hab ich den grad gegeben ey das musst du auf jeden Fall in den Aufnahmen auch sehen Dinger ne das musst du sehen wie ich den gegeben hab ich glaube der weint jetzt hehehe 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 oh scheiße jetzt hab ich zu viel umsonst gemacht ok die ist ja nur schneidig aus ok gebratener stein haben wir auch genügend so warte gebratener stein ist auch genügend also wir brauchen noch zwei gold blöcke ich hab noch vier drinne eisenblöcke achso eisenblöcke können wir noch machen kochen wir die auch ja so ok wir brauchen jetzt noch ein eisenblock und zwei gold blöcke und jetzt alles mit schwarz eichen holz äh äh Tami könntest du äh schwarz eisenholz farmen dann könnte ich schon mal die restlichen pflastersteine farmen wenn ich drei sterne hätte so alter wir ok wir sind doch erster wahrscheinlich jetzt gleich hab ich ne weil wir haben immer die schwersten sachen machen wir immer zuerst und dann die gleiche wir sind auf dem zweiten platz ist schon mal gut oh ja guck mal wir sind auf dem zweiten platz gerutscht ja weil der bauarbeiter jetzt alles hat der kann dann bauen wir brauchen jetzt nur noch halt ein eisenblock zwei gold blöcke musst du farmen also ich hab zwei eisen und äh äh ich hab doch genug genügend gold da oben reingetan wir haben nichts mehr die mich verarschen wahrscheinlich hat er das rausgenommen der gegner das kann ja auch sein so okay pflastersteine hätte ich jetzt ein bisschen das kann ich unbedingt mal meine Maus wechseln das geht gar nicht klar weißt du was scheiße wird was denn steinstufen du musst mir beibringen wie man schneidet ja kann ich dir beibringen mit deinem programm da ja okay steinstufen hat er jetzt auch komplett so was brauchst du jetzt also Javi ein eisen zwei gold blöcke pflastersteine noch ein bisschen die kann ich noch ein bisschen farmen ein eisenblock ein eisenblock zwei gold blöcke ich hab im inventar noch zwei eisen gebraten sag ich mal so und vier gebratene gold warte ich äh ich äh bring dir äh kurz wir haben easy gewonnen alter dann müssten wir nur noch diese ähm fichten also holz farmen dann haben wir jetzt alles geschafft äh hier links oh nice alter danke dir lol okay unser teammate hat mir gold gegeben gebratenes für einen block reicht das so warte hier ist äh gold wenn du brauchst ja Kartoffel ich brauch noch äh 3 gold 3 gebratenes gold warte ich hol kurz obwohl der hat hier schon 3 gebratene gold und 7 eisen 7 eisen und restliche gold dann haben wir alles hier sind endermans hier ist überall hier ist alles Feind oder Monster was? Monster oder Feind? Monster aber hab die gerade alle in den Luft gesprengt ok nice ok dann hast du jetzt hier den restlichen noch so eisen und gold brauche ich eisen oh ja ok das ist gut das ist gut ja wir haben Havi komm hoch komm hoch komm hoch wir brauchen nur noch Fichten und Holz Fichten müsst ihr fahren dann haben wir alles jetzt bei Rad wir brauchen Fichten ne schwarzeichenholz zu hauen brauchen wir schwarzeichenholz dann haben wir es geschafft die goldblock habe ich eisen kriege ich jetzt auch hin ja wir haben es easy gewinnen easy gewonnen easy so naja das Video geht 30 Minuten lang alter easy win easy win easy win schwarzeichenholz brauchen wir oh ich hab sogar ein paar Bögen bekommen von netten Monstern danke ok wir brauchen nicht mehr so viel nur noch schwarzeichenholz zauern was brauchen wir nur noch nur eine sagt noch wo klingen die schwarzeichen her von den Bäumen das ist doch hier schwarzeichen oder nicht was das ist doch hier schwarzeichen oder nicht nur das ist Fichte ne das ist schwarz da geht da oben zum baum weil dann haben wir alles geschafft wir können die überholen team rot wahrscheinlich haben die noch nicht alles und wir haben die meisten spielerkarte ja mein gott dass immer diese scheißbäume so hoch sind ne scheiß auf den letzten da oben so ja okay wir haben easy gewonnen easy wundiger ich importiere mich noch einmal ja mach das ich weiß jetzt nicht wo ich hier genau bin in welcher Insel ich weiß jetzt nicht wo ich hier genau bin wir haben gewonnen und bam good job good job ja lass uns noch teleportieren haben wir jetzt gewonnen ja guck oben versteht nichts mehr der baut jetzt grad noch zu Ende ich teleportiere mich grad nochmal schnell hier die letzten 10 Sekunden geht der Teleporter geiler hatte ja okay wir sind platz auf platz 1 ich bin bei team rot wir kriegen die Diamanten alter so also ich hab jetzt alles von den Öfen genommen weißt was ich damit mache natürlich alles rausschmeißen ah okay ich bin tot ja ich hab die alle Sachen die hatten ne Kiste voll ne ne scheiß hat ne scheiß Kiste hatten die voll hab ich alles rausgeschmissen team rot ok wie siehts aus mit den Bauen gleich fertig so ich hätte auch noch nie die Idee was wir aufnehmen können weißt du was was denn hier den zuhören wie heißt das nochmal auf die Muriel Teil äh jump ja können wir auch mal machen wir hören man kann ja heute so einen Aufnahmetag machen man ja sollen wir eine Runde davon auch noch auf ja können wir machen gleich also für die Leute die äh jetzt ähm wissen was reden die da wir nehmen das alles am 7.2. auf dieses Video kommt wahrscheinlich nächste Woche oder so nächste Woche ich weiß nicht mal gucken ob ich jetzt jeden Tag wirklich ein Video hochladen wir ja für die Leute von meinem Kanal ähm ähm weil jetzt äh da Havi also ne Vesta aufnehmen kann kommen jetzt mehrere Folgen pro Tag wahrscheinlich eine Folge von irgendwas weil ich es jetzt äh auch ausnutzen muss ein Thema mit YouTube anzufangen ja genau jetzt habe ich wenigstens noch paar Leute die halt mitmachen hier mit zocken und habe ich aufnehmen und das finde ich halt cool und wir gehen schon mal rüber ich sage mal die Tami darf den Schluss machen also den Ender Drachen äh Ender Ei ne öffnen ne na guck mal was die noch alles brauchen alter Rot oh mein Gott ok die braucht noch bisschen viel hier noch eine kleine Erinnerung falls ihr noch nicht abonnieren abonniert habt könnt ihr das gerne tun um kein Video mehr zu verpassen über Likes würden wir uns natürlich auch freuen ne Hallo ja hm ich habe gerade noch geschrieben so bam seit wann kann man die Zäune hoch springen das ist ja witzig ok nein hör auf ok der schreibt ok gut so Bauarbeiter mach ich ne wir lassen das jetzt noch bisschen zu Ende laufen und ja das war dann mal einer Geschmack geile Runde geschmackliche geile Runde sag ich mal dazu so ich muss gleich unbedingt erstmal meine Maus deine Maus ändern was deine Maus ändern ja äh halt hier diese diese billige Maus äh also halt Laptop Maus ne ja tausch ich krieg mal aus gegen meine normale Computer Maus ok die die so aussieht erst mal Fernseher ausmachen was erst mal meinen Fernseher ausmachen so Team Rot ach ich schaffe das auch schon fertig ja easy digger gg gg ok ok Javi komm mal ran ich würd sagen komm mal ran an die Bolette ich würd sagen ich würd sagen ich würd sagen ich würd sagen wo bist du mach einfach HUB und mach einfach auf den Kopf TPA zu mir oder ich mach zu dir TPA ach du bist noch in der Runde ne du bist nicht mehr ok komm hier runter so äh will Tami auch noch kommen Tami ran an die Bolette Kopf anklicken auf mich drauf und dann ahja gut so ähm ja Leute wenn du euch das Video gefallen hat lasst doch ein Like bar darf ich einmal ok dann mach du ok also Leute wenn euch das Video gefallen hat bei jedem diesmal sieben Likes da sieben 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 Likes bei uns beiden ja auf unserem Nacken und äh ihr könnt auch gerne mal bei uns auf Twitch vorbeischauen falls wir jetzt mal die Tage mal Livestream müsst ihr halt mal gucken vielleicht kommt auch noch so ein kleines Erinnerungsvideo ne ja ähm jo von meiner Seite war es das ja ich hab auch nichts mehr zu sagen sieben Likes auf unserem Nacken schaut auf Harvys Kanal vorbei und auf Mutzenkins Kanal und Tami und ja wir sagen haut da rein ciao mit V au auf